Kann losgehen. Handstart hat geklappt. Der Akku blinkt, könnte gleich zu Ende sein. Ich mach mal ein paar tiefe Überflüge. Sehr schön. Noch einer. Eine Rolle. Harald fliegt jetzt mit Viertel Gas. Was ihr nebenbei hört, ist Robby. Guten Tag, ich bin Robby. Landung. Da werde ich wohl noch mal. Da war Strömungsabriss eben. Zu hoch. Und Herr Mehl, wie war's? Ja, noch ein bisschen fickerig, aber sonst ganz gut. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Danke. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020